Hier draußen geht die Party ab, wenn ihr mich gleich nicht mehr sieht. Wisst ihr warum? Hallo und herzlich willkommen zu unserem... You're the morning, ihr Lieben. Heute ist es soweit. Wir ziehen um. Ich muss mich ein bisschen runterbücken. Ich stehe hier gerade in unserem neuen Bad, sonst sieht man mich nicht. Das ist alles noch ein bisschen professorisch. Henry ist schon um 7 Uhr losgedüst und ist in der alten Wohnung und nimmt dort das Umzugsunternehmen entgegen. Die räumen dann die ganzen Sachen ein und bringen die hierher. Und dann bricht hier, glaube ich, gleich das Umzugschaos aus. Ich freue mich mega auf die Zeit. Es ist so schön hier. Wir haben schon die erste Nacht hier geschlafen, weil unser Bett ist schon gekommen. Ich bin mal gespannt, wie das heute alles laufen wird. Wir versuchen euch auf jeden Fall mitzunehmen. Hier draußen geht die Party ab. Wir schauen auch gleich mal, was da so los ist. Das Umzugsunternehmen hat alles eingepackt und bringt das jetzt gerade hierher. Ich wollte eigentlich meine Haare heute noch waschen für euch. Ging aber nicht, weil ich habe keinen Schamfroh. In dem Fall müsst ihr euch damit zufrieden gehen, was ihr hier seht. Ich bin froh, wenn das vorbei ist. Ich freue mich unglaublich. Aber es war sehr viel Arbeit und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, was unten so abgeht. Ich darf ja nichts heben. Das heißt, ich darf nur dumm schauen. Sieht gut aus bis jetzt. Mein Akku ist fast leer. Na toll. Ich habe keine Ahnung, wo mein Ladekabel ist. Fast vermutlich in einer dieser Milliarden Kisten. Wenn ihr mich gleich nicht mehr seht. Wisst ihr warum? Ich bin gespannt, wie das Eingriff ausschaut. Ich auch. Ich kann es noch gar nicht. Dankeschön. Ein bisschen müde. Ich hatte ja auch kein Shampoo und ich hatte kein Föhn heute. So, während die Männer jetzt die weiteren Möbel holen, räume ich die Küche ein. Ich habe schon den ganzen Kühlschrank geputzt und neu eingeräumt. Das muss ich euch natürlich zeigen, weil ich bin ja stolz wie Oskar. Passt auf. Alles geputzt und schon frisch eingeräumt. Dann bin ich jetzt hier gerade am Geschirr einräumen. Da habe ich auf jeden Fall noch einiges vor mir. Also, let's go. Oh Gott, kurzes Update. Küche sieht noch aus wie Sau. Hoffentlich kann ich das noch alles aufräumen. Und Leute, ich zeige euch jetzt mal, welche Kisten ich alle schon ausgepackt habe. Ein bisschen stolz bin ich schon. Umzugsleute mit Henry und seiner Mama. Kommen wir jetzt gleich das dritte und letzte Mal. Bringen die letzten Sachen und dann müssten wir es erstmal geschafft haben. Oh mein Gott. I did it. Alles eingeräumt. Alle Kisten weg. Oh mein Gott. Ich bin so stolz auf mich. Alle, alle Kisten ausgeräumt. Alle leer. Geilu. Bitte schaut mal, wie schön. Der Mann im Hause ist wieder da. Ah, wir haben es geschafft. Endlich. Endlich. Und guck mal, wer noch da ist. Kimi, sitz. Hallo, Maus. Leute, wir haben es geschafft. Ich habe gerade schon die Küche gezeigt. Wir sind fertig. Alles ist hier. Ich habe jetzt erstmal alle Möbel mitgenommen. Die bleiben jetzt auch hier, bis alle neun da sind. Sonst haben wir nämlich keine. Aber Leute, wisst ihr, ihr wisst doch noch, als ich gesagt habe, das allererste, was Henry gekauft hat, ist ein Grill. Der steht da draußen und wir werden heute auf jeden Fall grillen, oder? Natürlich. Hallo. Fakt 2. Es ist der zweite Tag im neuen Haus und wir fühlen uns super, super wohl. Ja, wir sind noch im Schlafanzug. Es ist Sonntagmorgen, wir sind noch im Schlafanzug. Aber wir haben die erste Nacht gut überstanden. Richtig gut eingelebt. Und unsere Möbel sind auch schon da. Es hat alles geklappt. Beim Umzug ist nichts kaputt gegangen. Yes. Also wirklich gar nichts, was uns gewundert hat, weil normalerweise immer was kaputt. Wir haben eigentlich auch schon alle Kisten ausgepackt, also alles, was wir auspacken konnten. Außer die Kleidungskisten. Aber das geht ja nicht, wir haben ja noch keinen Kleiderschrankschatz. Aber das wird alles nach und nach. Wir sind auf jeden Fall super happy, dass alles geklappt hat. Wir fühlen uns mega wohl. Wir haben, wie ihr gesehen habt, schon gegrillt. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Ja, das war auch das Erste, was du besorgt hast, der Grill. Was auch noch kommt, eine Roomtour für euch abgedreht. Die auf jeden Fall bald online kommt, also könnt ihr gespannt sein. Hallo und herzlich willkommen. Und auch noch ein paar Eindrücke aus der alten Wohnung haben wir mitgefilmt. Jetzt gibt es erstmal ein Kaffeemaschino. Stopp, Kaffeemaschine war das Erste, was hier war. Kaffeemaschine war vor dem Umzug schon hier. Also wir waren hier, haben die Schlüssel übergeben bekommen und Henry läuft auf einmal mit der Kaffeemaschine rein. Und ich sage, Schatz, was machst du da? Du musst den Handler gerne einen Kaffee anziehen. Ja, ich muss den Kaffee machen. Jeder hat sich gefreut in meinen Kaffee. Ja, ich liebe deinen Kaffee. Schau. Auf jeden Fall, das war unser Umzugsvlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war auf jeden Fall aufregend, hart. Aber wir haben es geschafft. We made it. Rudi, we made it. Okay. Jetzt erstmal was zu essen. Und dann kommt auf jeden Fall bald die Haustour. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwas sehen wollt, keine Ahnung, schreibt es in die Kommentare. Vergesst nicht uns zu abonnieren und vielen Dank fürs Zuschauen. Möchtest du auch noch was sagen? Grüße gehen raus. Tschüss. 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 Vielen Dank.